Was geht da Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Bully die Ehrenrunde. Wie immer natürlich, Dankeschön erstmal an alle Unterstützer. Wir machen weiter, haben weiterhin schönen Spaß und lasst gerne ein bisschen Liebe da für die Videos. Würde mich sehr freuen. Okay, gut, machen wir das. Freunde und ihr, wie gesagt, werft gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung. Und, ähm... Äh, hä? Was muss ich jetzt machen? Oh, also Zwerge, wir sind klar. Äh, äh, was soll das? Warum? Äh, ja, wie gesagt, Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen, ihr wisst Bescheid. Muss ich jetzt zu dem... Oh, es ist ja auch schon Sperrstunde. Oh Gott. Hm. Ich muss ja nicht zu dem Roten stellen, das war ja was anderes. Muss ich jetzt einfach so irgendwie diese Zwerge finden oder was? Hm. Ich glaube, ich hau erst mal ab hier, ey. Was ist das denn da hinten? Ach so, eine Spielkarte wieder. What have we here? Hähn wir den Bike. Keine Ahnung, äh. Hä? Also, dass mir das nicht genau angezeigt wird, wo ich das machen muss, das wundert mich jetzt gerade. Weil das Rote war doch irgendeine Herausforderung oder sowas, oder? Ich fahr da mal kurz hin, ey. Außerdem ist es mies Sperrstunde, ehrlich. Sobald ich erwischt werde... Jetzt ist der rote Punkt auch weg. Ne, das ist was anderes. Ich glaube, ich muss das einfach so nebenbei finden, oder? Na, komm. Komm. Ey, 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 ey. Ruhig, ruhig. Gehen wir erstmal zur Schule, ey. Erstmal hauen wir hier ab. Alter, was geht hier ab, ey? Schlägerei, 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 Schlägerei. Okay. Ich muss zum, äh... Was ist das denn jetzt? Ich muss zum Unterricht... Lagt da eine Banatstalle, oder was? Na, keine Ahnung, mit den Zwergen muss ich die einfach so... Wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht muss ich die einfach selber auf eigene Faust finden. Und die werden einfach nicht angezeigt. Das ist so eine Nebenaufgabe-mäßig. Weiß das nicht. Ich weiß das nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So. Arbeitslehre 1. Aha, komm mal hier. Jim, geh an der Fahrzeugstation. Warte, ich kann nicht auf Fahrzeuge arbeiten? Fahrzeuge sind für Senioren. Du musst gehen, bevor du gehen kannst, Boyo. Ja, klar. Hä? Wieso? 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 Ich... Ich drehe doch rechts rum. Jetzt hab ich einfach schon vorher angefangen, ohne zu wissen, eigentlich... Also theoretisch, weißt du? Eigentlich vorher schon angefangen zu drehen, einfach. Komisch. Muss man nicht verstehen. Wo soll man denn anfangen? Wo soll man denn anfangen? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ich muss doch auch anfangen. Sobald ich nur den Stick in die Richtung bewege, nach außen, ist schon vorbei. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Äh... So, also... Sowas hasse ich ja. Sowas hasse ich ja. Abartig. Alter Schwede. Muss ich nicht verstehen. Na gut. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Oder muss ich das in bestimmte Richtungen? Muss ich da, wo der Pfeil anfängt? In die Richtung vielleicht? Exakt genau. Das heißt, wenn der oben anfängt, und dann sich einmal komplett entkreist, dass ich oben hin den Stick und dann erst anfange. Vielleicht liegt es da. Keine Ahnung. Ansonsten habe ich es jetzt nicht verstanden, was da der Mega-Fehler war. Tja, was machen wir denn jetzt als Mission, ja? Als nächstes. Ich muss, glaube ich, zu dem roten Punkt, oder? Aber... Also, roten Stern. Aber dann warten wir ganz kurz mal auf den nächsten Unterricht, und dann ziehen wir wieder in die Stadt, glaube ich. Ansonsten ist es ein bisschen komisch. Gerade ein bisschen leerlaufen, oder? So, okay. Dann haben wir die nächste Stunde auch noch schnell. Und dann, wie gesagt, gehen wir mal zum roten Stern einfach. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, was ich machen muss. Wie gesagt, ich habe das nicht ganz verstanden mit den Zwergen. Klärt mich gerne auf. So. Was haben wir hier? Was willst du von mir? Was für Kleidervorschrift? Ach, ja. Scheiße. Alles klar. Kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Fotografie? Okay. Ich will von dir kein Foto machen, ey. Ähm. Achso. Ja, siehst du, die werden angezeigt. Das schaffe ich. Wenn mir das Ziel angezeigt wird, kann ich das schaffen, das Mission Ziel zu erreichen. Ansonsten nicht. Ansonsten zu dumm. Zu duuum. Gutes Foto, danke. Kleidervorschrift. Ja, wir müssen die Kleider auch mal, also die Kleidung nochmal wechseln, ey. Die sieht echt scheiße aus, irgendwie. Das ist schön, der Joke ist auch schon durcherzählt, schon wieder. Machen wir mal nächstes Mal, wenn wir pennen gehen, ey. Hallo. Was up? Boah, warte mal. Let's just fuck die Ausmachung, ey. Das ist natürlich. Oh, noch nicht. Easy. Gutes Foto, gutes Foto. So. Jetzt noch die letzte. Da habe ich schon Jimmy. Also an das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich das letzte Mal gemacht habe. Weiß gar nicht. Fotografieunterricht. Vor allem, was ist das für ein Unterricht, Alter? Voll easy, oder? Hey, what's up? Ah, okay. Hey, mein Freund. Bist nicht, mein Freund. Ich kenne dich kaum. Ich kenne dich doch kaum. Guck mal, wie jetzt grüßt er mich, ey. Immerhin greifen die mich nicht die ganze Zeit an, ey. Idiot. So. Da guckst du schlecht, ey. Äh, guckst nicht schlecht, ne? Was ist die fünfte Stunde? Muss ich dann Bilder von ihr machen, oder was? Damit ich die wieder hier irgendwie austeilen kann An die Klasse Was ist los mit der? Foto-Albums reingeschaltet Na, na ja Ja ja, fühle mich auch So, gehen wir mal zu dem roten Punkt Äh, roten Stern Checken wir das mal kurz ab Aber wie gesagt, ansonsten Wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll So Es wurde ja auch nicht die Mission unterbrochen Nachdem ich in die Schule gegangen bin Also diese Gartenzwerg Mission ist wahrscheinlich wirklich so So ein nebenbei-Ding, oder? Dass sobald ich einen sehe, dass ich den mal einfach Abknall, oder kaputt machen halt So So Perhaps Herausforderung So Das ist die Chance, ey Komm schon, shit! Komm schon, shit! Komm schon, shit! Du Loser, ey! Normal, Junge! We want blood, ey! Jawoll! Ich hab gewonnen, klar, ey! Die gute alte Flammhose, Junge! Den nächsten, okay! Justin! So, ran jetzt! Und jetzt! Man, 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 neuer! Haben wir es jetzt langsamer! Auf Dauer ist es jetzt nicht so spannend, weil es jetzt nicht so herausfordernd ist, oder? Komm her, komm her, du Sau! Haben wir es jetzt langsam! Das wär ganz gut! Wird ein bisschen langweilig gerade, ehrlich gesagt, weil es halt nicht herausfordernd ist! Haben wir es jetzt endlich! Was? Gib mir meine Preise! Hm, da ist ein bisschen Problem. Deine Eltern müssen die Mitglieder der Bord, um dich zu erledigen. Ich sag dir was, old chap! Wir geben dir das alte, abandontete Beach-Haus. Es sollte schön sein, wenn du es ausgeschnitten hast! Okay! Tidididididididiii! Okay! Du hast das Box-Outfit freigeschaltet. Davon hab ich immer geträumt! Ja, spaßig so! Aber drei hintereinander direkt hinter... Also, weißt du mal, Rode-Pausen? Ist dann noch ein bisschen viel, das ist gut, ne? So! Machen wir direkt die nächste Mission hier, würd ich sagen! Eine schaffen wir auf jeden Fall noch! Alter, was ist das für ein Squad hier? Was ist das? Döden, 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 dün... Äh... Ja... Hä? Ähm... Der Stern ist auf dieser Höhe. Aber ich komme hier nicht rein. Hä? Muss ich das... Muss ich schon wieder nicht verstehen, oder? Oder bin ich hier auf der falschen Seite die nächste? Ah, ich muss von innen da rennen Ah, okay, alles klar Sorry, mein Fehler So, einmal hier hoch, bitte Jetzt muss ich mir doch auch so einen hässlichen Pulli anziehen, ey Was soll das? Da hört der Spaß wirklich auf, ey In der Boutique, achso, die ist ja direkt hier vorne Mann, ey Jetzt muss ich wirklich meinen geilen Style aufgeben, ey Das ist hart, ey Das ist hart Ja, ja, komm Outfit Reicht es denn, oder bräuchst du eine spezielle Hose noch? Diese kleine Baumwollweste ist deren Kutte, weißt du? Die krasse Club-Kutte Werden wir jetzt akzeptiert Leider machen Leute, oder? Die krasse Club-Kutte Die krasse Club-Kutte Wir planen eine kleine Revenge-Hit auf Old Hat-Trick Wir lieben, was du für den Soap Galloway gemacht hast Wir lieben, was du für den Soap Galloway gemacht hast Kaufe einige Eier und bringen sie, okay Machen wir Im guten alten Yum-Yum-Market Einmal reicht Einmal reicht wahrscheinlich, ne? So Okay, wo ist das Hose vom Bonzen-Boy? Ist da vielleicht nochmal ein Fahrrad-Abstart oder sowas? Na gut, Skateboard geht auch, ja Ah, da Ist es besser hier hoch? Selber Schuld Ich stehe halt nicht im Wege, Mensch So Boah, hätte ich hier rein müssen? Obwohl, obwohl, da vorne geht's auch Hier Au Da ist ein Gartenzweck Hier bin ich praktisch Hopkins? You bet Give him to me Take him Smashing Now tell me, Hopkins Is it true you said I was inbred? No Because First Cousins is legal, my friend Legal Yeah, okay Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin And ended up in a lunatic asylum It doesn't mean anything Whatever, Tad Your family is your business Don't lie, Jimmy You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding A hermaphro-what? Don't act dumb You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes I don't Well, just only on one foot Tad You're not gonna take that kind of crap from this scumbag Are you? You've 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 been rude About mommy Let's get this, Papa Oh man, Alter Gary Ich hau euch einfach kaputt, ey Was ist jetzt denn davon? Jetzt bist du dran Komm Steh auf, Junge Waffengewalt, ja, und? Okay Jetzt wirklich so eine Nebenbei-Aufgabe Ähm Wie kommt man denn hier raus? Hier ist ein Gummiband Oh, Alter Schießt da jemand mit einer Strootflit, der das? Das hat sich voll so angehört Wie komm ich denn hier raus jetzt? Stopp, please I'll pay you You won't catch me, Hopkins Nee? Bist du sicher? Ey, die Steinschneude, die, äh Die Steinschneude ist einfach zu krass Das ist nicht trash Du Sau, ey Weg hier, weg hier Geh mal weg da, ey Okay Oh, jetzt werde ich von denen die ganze Zeit attackiert, ey Geh weg, ihr Pissbacken, ey Was willst du? Ah Ich will hier weg Geh mal zur Schule zurück, ey Obwohl, so langsam können wir auch Schluss machen mit der Folge Ja, ich bin mega cool, aber ich kann dir nicht helfen Ich hab keine Zeit gerade Okay, Freunde Ich würde sagen, gucken wir nochmal in die neue Mission rein Bevor wir jetzt Schluss machen Hey, Pete Ah, komm You both bullied me mercilessly, but At least I wasn't left out And now I'm back on my own And I'm too cool to be a dork And I'm too dorky to be anything else You're not on your own Where is everybody? At the bike race at Old Bullworth Vale By shiny bikes at the beach Bike race? Why didn't you say so? Come on Ah, verdammt Warum ist der so schnell? Soll das, ey Warte mal, hier war doch ne Rampe, ey Wuhu Okay Du, 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 du Werden wir dann mit Eier beworfen? Okay Komm schon, Jimmy Jimmy Boy Zieh durch Eine Sekunde Vorsprung Nice Ja, bin ich geil oder was? Ja Klar bin ich das Und nebenbei noch das Gummiband aufgehoben Ich brauch's nicht, aber ich nehm's trotzdem mit, ey Das ist Bescheid Sehr gut, sehr gut, sehr gut Tode France der Jugend, ey Sprintetappe Ey, die Musik ist so geil Die Musik ist so geil, oder? Ey, die Musik ist so geil in dem Game Nice Richtig cool Ihr seid zu langsam Ihr seid zu langsam Ich darf aber keinen Fehler machen, ey Dann ist direkt vorbei alles Die Musik Hä, die Musik Heftig Simpel Aber genial Wie lange geht denn das Rennen noch, ey? Einmal komplett durch die ganzen Bonzen-Gang hier, oder was? Ich zünd die Häuser alle an, ey Wenn ihr frech werdet So Kommt schon, Jimmy Push, 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 Jimmy Hier vorne müsste doch schon das Ziel sein, oder? Easy Easy Easy, ihr Loser Geht nach Hause, ey Wie das aussieht, ey Was ist denn jetzt los? Ey, 15 Dollar Und noch weniger Respekt Von den Preps Naja, gut Gut Ich würde sagen Hier war es bis jetzt Aber Ist das denn für eine Gestalt? Äh, ist das denn für eine Gestalt? Nein, ich kann nicht helfen Gut, Freunde Ey, das war es jetzt an der Stelle Hier machen wir dann auch weiter Würde ich sagen Danke fürs Zusehen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Haut rein Lasst gerne ein bisschen Liebe da Und bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal